Hallo und herzlich Willkommen zurück zu SirForest Herzlich Willkommen Das letzte Mal schon ein bisschen her, unsere letzte Aufnahmesession Deswegen wissen wir grad nicht genau wo wir stehen geblieben sind Ich glaube wir waren in der Höhle Genau, haben wir es markiert als weiß Genau, das heißt wir haben den Jax gefunden Jax, der Jax Und wollten wir weiter Höhlen machen? Ich glaube schon, wir wollten ein bisschen was suchen Für Mammelsachen Ja, also was cool wäre, wir wollten ja mal Das Katana finden Katana unter anderem Soll man einfach weiter gehen? Jetzt futtern? Oder soll man Oh, Entschuldigung Soll man Sachen nach Hause bringen? Eigentlich, nö, eigentlich könnte ich Gut, die Mutantenausrüstung nach Hause bringen wir ganz geil Davon haben wir ein bisschen viel, ne? Wo ist denn unser Zuhause? Ja, du hast so viel, weil du hast es noch nicht abgelegt wahrscheinlich, ne? Ja, dann gehen wir schnell nach Hause Wo ist denn das? Gelb Warte Ah ja, da war ja genau das Dörfchen Nice, schau mal auf Tuff, Tuff Und Seil Ah ok, jetzt war der ist wieder voll Ach zack, dass hier jetzt immer wieder die ganze Zeit die falschen Tasten drückt, ne? Ja, ich auch gerade Die ganze Zeit wieder Tap für Inventar, also Cool, ist doch gleich ein Buch Was hab ich denn jetzt gegessen? Irgend'n Pilz war unterm Loch und jetzt hab ich den Pilz gegessen oder sowas Mann Hast du zu leben verloren oder? Ja, ja, also ich hab's Ja, dann war anscheinend ungenießbar Toll Herzlichen Glühstrumpf Was ist das? Ne, das ist nicht das war Ne ja irgendwie habe ich auch durchstunden ganz schön aber wie gesagt das hätte ich ja ich hätte mal so eine soda ich glaube ich trinke ich auch schnell das oder ich drücke die ganze aber das ist das was irgendwie ein bisschen im hintergrund halt oder immer so komische geräusche im hintergrund sind das ist echt nur komischer und selber erst aktuell gerade gar nicht aber wenn ich dann meine aufnahme an schau dann habe ich auch dieses komische rumgefallen aber nicht immer also ich finde es jetzt nicht stören muss ich sagen gar nicht das ist ja nur so ganz cool aber wir waren echt so weit weg eigentlich ich bin gerade zum vollstein gelaufen ich sehe schon nur gespannt ob wir noch alles schaffen was wir hier geplant hatten also es gibt ja keine feste dauer von staffeln glück sagt könnten wir da jetzt 180 folgen machen ja das stimmt also dann wenn es halt vorbei ist ich meine von unserem unsere motivation her naja ich spring mal schnell in die lucht dahin bevor der auch wieder schlecht wird oh ja oh ja das ist hier ganz schön leer oh gefällt mir gar nicht hier ist nicht schön das war eigentlich noch nie so richtig voll hier also ja das ist nicht darum wäre es nicht ganz geil wenn es da mal wieder bisschen wachsen würde was für sie noch grenzen eigentlich ist eine bete ist bisschen voll aber naja ist jetzt eigentlich die obere hälfte ist weiß die untere hälfte sind vier nicht weiß und das eine ist noch weiß was weiß wie ja also bei der rüstung unten dieses zeichen dieses um das leben rum ne ach so das ist bei mir so bei mir ist weiß dann sind vier sachen leer und dann kommen noch mal fünf volle genau das ist dann zwei volle dinger coole kohlen und dann gehen wir auch direkt weiter oder das stört mich doch dann ist das was haben wir doch gleich das reintun so kleinen blümchen oder sowas kann auch nicht nur irgendwas rein und wo ich reingetan so passt wir haben ja noch ganzen fallen da draußen ja gut aber das sind nicht alle das ist alles von den ebay mit drin noch die regale ja genau das brauche ich da noch stix schon mal ein zwei fallen zu ende bauen hier oder es wäre vielleicht war nicht schlecht ich habe hier mal die heute der dunkel kann es sein am nächsten tag in der staaten los oder ja so kann was machen das muss noch ein baumfeld brauchen wir alles noch ich muss mit einem baum überhaupt hingefahren auch hier so eine falle ist fertig ja das ist fertig ja das ist also löst sich jetzt aus dem das hat er gut funktioniert er ist reingelaufen aber ich habe sie doch die warte muss hier mal eine wache die funktionierte gut ist das funktioniert gar nicht ich muss mal wache wechseln nicht der bogen und auch die funktionierte gut die waffe hat egal ich töd ich jetzt ich habe er hängt sollen wir den hängen lassen oder meinst du der befreit sich die befreien die doch immer das war doch mal ist der fall glaube ich ne oa geschlagen hat er mich oa da kannst du ja gar nicht mehr töten von hinten vielleicht mach ich doch einen schaden ist der tot ah ja der ist tot soll man hängen lassen hol muss man die neu auslösen ja ja braucht man jedes mal ein seil wieso ne nur ein stock ups ja aber dass die anderen ja gut vielleicht funktionieren die anderen machen aber nur schaden vielleicht töten die nicht bonnet ja ja voll mit dem hardcore aber ich finde es halt krass das ist halt so eine fette wand eigentlich mit spikes ja gut ja gut das sollte er läuft einfach durch ja wie schaut es aus mit starb oh shit wir sollten die nacht durch machen oh shit hm 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 schlaf rück muss voll am arsch hier sind sie nur noch zwei fallen die wir machen müssen drei und sind da noch irgendwo baumstämme die da rumleuchten acht baumstämme bräuchten wir noch acht scheiße ich hab ich was gegessen reicht das da als baumstämme oder kommt nur eine äste ich nehme manchmal aus dass sie mir beziehen ne das ist schon nervig ich hab gar keine rüstung mehr ne ich hab grad alle rüstung verloren weil irgendwie hat das blocken mit der axt nicht funktioniert oder das schlagen halt keine ahnung ich hab ihn angeblich nicht getroffen mit der axt das war jetzt sehr bitter muss hab ich gleich die waffe gewechselt oh shit ja ich bin grad in die volle reingelaufen cool da unten noch hast du kannst die volle hier nochmal ja ja kann ich alles gut ich hab kein stick mehr boah das dauert lang holy moly ehrlich ja vorhin ist sie nicht ausgelöst ich wollte sagen hey nur die eine falle löst aus ganz ruhig haste ganz ruhig haste ganz ruhig haste ganz ruhig alle genau weißt du wie kommen wir nicht durch aber wenn der da durchspinkt funktioniert plötzlich hm ich bin scheiße jetzt hab ich schon wieder medizin gegessen ich verdrück mich die ganze zeit so haben wir passen so haben wir passen die jüde hell oder ehre ich mich da jetzt du ärgst dich ich irgendwie gewaltig ja wollen wir einfach dann gleich jetzt schon irgendwie durch starten eigentlich auch weg was was oder hast du die knochen genommen ne hab ich nicht hä wie süß das davon musst du schnell weg ich weiß es nicht so ein kacke es ist richtig schlecht weil ich auch keine rüstung jetzt für die nächste tour eigentlich noch irgendwelche knochen übrig wahrscheinlich ist der schwarz alles oder wirkt es nur ins hüptes oder ja das ist alles schwarze hier ja die sind halt getrocknet ja die müssen ja dann so trocken ausschauen und nicht schwarz ja ja da habe ich alkohol würde ich gerne ein bisschen weg stellen ich weiß nicht wo so ein kleiner vogel wäre jetzt glaube ich ganz praktisch ich höre schon wieder welche medisch scheiß vogel nein wie also was mich in diesem spiel wirklich hardcore nervt ist wenn man auf dem boden schlagen will und dann macht es nicht also das fuckt mich echt auch wenn man auf dem boden schaut und der schlägt nicht nach unten ja das stimmt das nervt manchmal vor allem man muss wirklich so einen gewissen winkel haben was man es macht soll ich jetzt rüstung neue machen oder soll ich jetzt so losgehen ja wenn wir kein knochen was ich habe gar nichts mehr aber die frage ist wann wollen wir die mutanten rüstung nutzen ja das ist halt die frage ob ich die jetzt raus rüste also ich nehme es jetzt nicht also ich nehme es erst her wenn ich meine rüstung nicht verlieren würde ja das habe ich an meinem fall aber ich glaube wenn wir unterwegs vielleicht mal ein zwei killen ja ich glaube das ist jetzt noch nicht mein sonst musst du mich halt wiederbeleben ich muss gerade nur die hotkeys nochmal checken da ist Pfeil und Bogen das ist mein 3 ist meine Waffe ok 3 ist meine Waffe nehmen wir aber noch mal paar Sticks mit doch ich sollte die ganze Zeit tapen ja Sticks wäre nicht schlecht ich nehme auch nochmal welche mit ja gut soll ich die unterwegs sammeln nee komm ja komm ja die findet man überall wie Holz am Meer ja 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 wo gehen wir denn hin da Hase ja der ist weg gut also wir sind aktuell irgendwie hier ja ich habe keiner da ja wo war man denn noch nicht einfach wieder dort lang gehen wo wir noch nicht waren oder Wöhle haben wir ja gerade keine mehr oder ne hier liegt ein Baumstamm hier liegt noch ein Baumstamm die sind weitgeholt ich bring die schnell zurück ah ja ja man kann mir man weiß mir nie kann mir immer gebrauchen ja also ich glaube am effektivsten sind wirklich die Seile eigentlich oder ja diese Schlink voll ich habe auf den Boden geschaut wir laufen jetzt Richtung lila eine Flagge ist das jetzt richtig her ja zumindest halt der Höhlen eingang glaube ich hast gerade die Pilze gegessen ja das waren essbare Pülze das soll keine Fliegenpülze essen naja ich trau mich gar keine Höhlen zu essen so richtig ja aber können die schmauern mir ich glaub ja auch wieder nur hinterher ne weil äh mir werden wieder nichts angezeigt also von 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 Flaggen hier ne ich was soll ich denn da jetzt überhaupt hinlaufen so mit diesem Dorf jetzt ja komm schon machen das ein Hase also im Dunkeln brauchst du echt keine Hase jagen das funktioniert nicht ich hör doch die ganze Zeit diese scheiß Typis ey eigentlich dachte ich mal dass das so langsam wieder heller wird achso im Dunkeln zum Dorf ist vielleicht schlecht achso da war ja was ne ja dann geh mal aus aber ich hab halt überhaupt gerade keine Orientierung ja naja doch hier wo an diesen Hügel da erinnere mich glaube ich noch müssen wir eh schon dann naja oh sehr schön oh hier geht's ja richtig rund das ist hier ne Höhle das war das nicht so irgendwie aus bevor wir mal in ner anderen Staffel mit da ah ja guck da ist ne Höhle ach haben wir die markiert? mh nee nee soll da reingehen hä war das nicht die Höhle wo wir vorhin drin waren haben wir doch gerade eben die Staffel gestartet nee hab's gar nee da war aber keine Kiste oder sowas nee das war felsiger zwar das sah zwar auch so schön aus aber es war felsiger da kann ich jetzt die scheiß Kiste das zerstören ich würd reingehen ach sie ist gut ja dann soll mich hier gleich ne Markierung machen mhm 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 aha mhm achso 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 auch dann ich gut hm mhm mhm ich muss das jedes Mal suchen ne yes das ist ja cool nur wenn wir irgendwie nicht so Favorit machen können irgendwie ja dann bauen früher gut also mal ist jetzt kommt langsam hin da warst du schon mal ich weiß dass wir da jetzt schon reingegangen sind ja ja eigentlich je nachdem welche hülle das ist wird aber macht man weiß oder soll man doch lila machen oder so ach mach weiß ist gut und wenn wir dann irgendwann wieder hier vorbeikommen sollten und ist eine wasserhöhle oder so was ich habe ja glück und was das karton ich bin gar nicht sicher weil ich kann mich erinnern dass das so leichen hier vor waren bevor wir es getaner gefunden oder dass ich aber ich kann etwas trinken einmal eine kiste gefunden und schon voll mit so ja ich bin viel habe ich dir so nicht ausgelöst dass hier ist wasser weiß ich aber nicht zum schönen dass ich mir jetzt echt weiter ich habe kein bleibes da auch waren ja achten wir sollten da wieder bis aufpassen finger ich glaube das wird sogar nicht wieder zu tauchen habe ich auch das gefühl wegen den ganzen tropf stein scheiß das mutter und wohnen und dann ist die graf von oben runtergefallen wohl gerade sagen nein jetzt habe ich geschossen wurde eine ein habe ich mir nein oder jetzt wollte ich wir sollten irgendwie in dies enge da genau guckt da kommt dann bestimmt nicht klar denkt an ich habe keine rüstung ich bin sofort tot wenn der mich wie ich einfach das ich bin ich bin ich bin ich wollte ich vielleicht ist klein ich bin ich mal ein bisschen los werden auch schon vielleicht zu machen hätte schatz jawohl zweiter feuer verlässer könnte ich dann oh ja dann ziehe ich doch gleich die rüstung und von dem mutanten hast du noch ein feuerpfeil ja schön und 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 Brennt aber nicht gerade lang, ey, ne. Ne. Kann sein Glück versuchen. Wo ist er denn? Ach, da oben. Ey, ich finde das so doof, die da immer so abprallen und überall rumfliegen, ne. Ja, ja. Hm, ja, ja. Ja, ich glaube. Ey, der liebt immer noch. Aber ich glaube, ich hab's getroffen, also. Ja. Wow, wow, wow. Boah, der Sack, der dreht sich um. Er macht einfach einen 360, ey. Ey, komm, so viel kann er doch jetzt nicht mehr aushalten. Ja, mei, doch, anscheinend schon. Loll, ein Pfeil und dann war er tot. Ach, nein. Ach, da ist noch einer, da ist noch einer. Hab'n. Ach, nice. Nimm gleich mit, ich hab' den Feuer gemacht. Was? Was war noch vorhin? Drei, wo ist der dritte eigentlich hin? Das sind noch drei, ne? Ich hab' nur einen reingeschmissen. Achso. Gut, dann zieh' ich gleich mal die Mutantenriss. Ja, aber ich hab' vorher noch einen gehört. Ich glaub, der lebt noch. Die zieh' ich auch an. Bisschen Tarnung. Die Darnung. Eigentlich hat man eh schon wieder the first die erste Aufnahme für heute. Achso, ja. Ich seh's. Da geht eine flotte Karotte hier. Aber ich weiß nicht, wenn ich so zurückdenke, ich glaub' die Katana-Hülle war irgendwie anders aufgebaut. Ja, ne, das war nicht die Katana. Ich glaub' Katana war doch auch eher so unten irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht ganz. Ich weiß nur, dass der Eingang mal so gut bestückt kommt. Aber wir können ja... Aber wir müssen ja eh nochmal zurückverlecken. Ist ja glaub' ich noch... Also da gab's ne andere Abzweigung noch. Ja gut, dann beenden wir die Folge, würde ich sagen. Und dann... Gehen wir in der nächsten Folge weiter. Erstmal nen Snack. So. Noch nen Snack. Snacken. So, ja genau. Dann... Danke fürs Zuschauen und... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.